»Darf ich euer Durchlauchtbericht erstatten?« sagte der Frauenberger zu Margarete, »wie der Magraf starb?« Margarete war sehr dick geworden. Schlaff hing in wüsten Falten von dem effisch sich wulzenden Maul die Haut herunter. Weiter oben war sie voll von Rissen und Warzen, die die Schminke nicht mehr verdecken konnte. »Ja«, sagte der Frauenberger und feixte, »der Magraf war vergnügt, wie selten, als wir aufbrachen. Wir hatten getrunken, er und ich. Ich hielt mich immer bei ihm. Er fiel vom Pferd zur Seite. Er war nicht sehr entstellt, nein. Es ist sonderbar, dass sie ihn in der Nähe Münchens der Schlag rührte, ganz wie den Papa.« Margarete erwiderte nichts. Ihre sonst so erfüllten Augen blickten starr und leer. »Na, na, Herzogin Maultasch«, quäkte Konrad, »wir werden's mit dem Meinhardt nicht schwer haben. Ein bisschen scheu, aber ein guter Kerl. Der Niederbayer hetzt ihn auf, der Friedrich der Schwarze, der dumme Junge. Abwarten, nicht bange werden.« »Einen Kuss hab ich wohl verdient«, grinste er. Aber wie der Atem seines breiten Mundes ihr näher kam, zuckte sie zurück, überschauert. »Na, dann nicht«, sagte er. Mit Herzog Rudolf von Österreich war auch der uralte Abt Johannes von Ficktrink nach München gekommen. Er war nun ganz wackelig geworden, ausgehöhlt, zittrig, hielt die meiste Zeit die Augen geschlossen, murmelte gelegentlich Unverständliches vor sich hin. Er streichelte Margarete, seine Haut war noch trockener als die ihre. Er nannte sie »Mein gutes Mädchen«. Später ließ sie ihn zu sich bitten, erzählte ihm von dem mattfarbenen Fläschchen, ihr Gespräch mit dem Frauenberger Wort um Wort. Es war keine Beichte und mehr als eine Beichte. Er hockte da, verschrumpft, erloschen. Sie wußte nicht, ob er verstand. Dies war auch gleichgültig. Wichtig war nur, vor lebendigen Ohren zu reden. Doch als sie geendet, zitierte er einen antiken Klassiker. »Viel Furchtbares ist in der Welt, doch nichts Furchtbarer als das menschliche Herz.« Agnes wich dem Frauenberger aus, war kalt zu ihm und spöttisch. Er sagte behaglich, »Sind Sie schlechter Laune, Gräfin? Mein Gesicht gefällt Ihnen nicht mehr?« Dann klopfte er sie auf die Schulter, grinste und quäkte, »Bist doch eine Gans, Agnes! Hetzt dich an die Jungen, die gecken! Glaubst, das alte Schiff ist leck? Bist eine gute, dumme Gans, Agnes!« Er tätschelte sie und tastete sie ab. Da sie sich ihm entzog, lachte er gemütlich, streckte sich aufs Polster, drehte sich um und gähnte lärmvoll. Herzog Rudolf, der Habsburger, griff gierig nach den Dokumenten, die ihm sein Kanzler, der kluge Bischof von Gurk, bedeutsam feierlich überreichte. Er vertiefte sich in sie, las wiederholt, fieberisch glühte der sonst so ruhige beherrschte Mann. Er streichelte die Papiere, hörte auf die Erklärungen, die ihm der Kanzler, der juristisch ungewöhnlich gebildete Bischof, vortrug, von wie ungeheuren staatsrechtlichen Folgen die Auffindung dieser Dokumente sei. Er las nochmals, küßte feierlich fromm die Pergamente, kniete nieder und betete, drückte den Bischof, der gesammelt dastand und sich kein kleines Lächeln gestattete, voll heftigen erregten Dankes die Hände. Herzog Rudolf hatte von seinem Vater den harten Tatsachensinn geerbt, den klaren Blick für Realitäten und Möglichkeiten. Er wusste, dass Habsburg noch nicht stark genug war, die Verpflichtungen der Kaiserwürde zu tragen, ohne im Innersten Schaden zu nehmen. Die Wahrung des kaiserlichen Ansehens zwang zur Zersplitterung und sog am Mark. Wittelsbach und Luxemburg hatten es spüren müssen. Es gab nur eines, vorläufig auf diesen äußeren höchsten Glanz klug verzichten, sich aber im Inneren so festigen, dass die Kaiserkrone schließlich wie von selbst Habsburg als dem stärksten zufallen musste. Dies war die Politik, die Albrecht mit so großem Erfolg vorgelebt hatte. Rudolf sah klar und nüchtern, dass es für ihn einen anderen Weg nicht gab. Eisern zwang er sich, dieses Maß zu halten. Aber er besaß nicht den ruhevollen Sinn seines Vaters, des Lahmen, der am Bewusstsein der realen Macht sein Genüge hatte. Ihnen brannte es, dass ein anderer da war, der vor ihm saß, der sein Lehnsherr war, der sich und mit Recht römischer Kaiser nannte. Wer war denn dieser Karl, der Duckmäuser, der hagere, hohlwangige, mit seinem krausen, schmutzigen Vollbart? Er besaß Land wie jener, hatte wie jene Universitäten gegründet, Kathedralen, Paläste, die Universität Wien, den großen Dom. Jener hatte rechtzeitig die glückliche Gelegenheit gepackt, sich die Krone zu sichern. Jetzt wäre es Unsinn gewesen, Kraft und Macht, um dieses äußere Zeichen zu verzetteln. Aber alle Vernunftgründe hinderten nicht, dass es Rudolf kratzte, nagte, brannte, schnitt, den anderen über sich zu wissen. Er war zu stolz, seinen Kanzler solche Gedanken merken zu lassen. Aber der kluge Bischof erriet sie, erwog, wälzte sich, wie er dem Fieber seines Herrn die kühlende Salbe verschaffen könnte. Plötzlich, eines Abends, hältte es sich ihm. Der Abt Johannes von Fiktring, wenn dem er gern zusammensaß, hatte ihm eben Gute Nacht gesagt. Der Abt schloss sich wie jeden Abend ein, um an der Weltchronik zu arbeiten, an der er seit ewigen Zeiten schrieb. Er nahm es ungeheuer genau, hielt das Manuskript versperrt, geheim. In letzter Zeit, da er nicht mehr schreiben konnte, hatte der Uralte einen Bruder seines Klosters beigezogen, dem diktierte er. Der hatte einen heiligen Eid schwören müssen, nie einen Buchstaben zu verraten. Gab es einen Meinungsstreit, so fragte man den Abt, was in seiner Chronik stand, galt als letzte Wahrheit wie das Evangelium. Wie jetzt der Abt sich zurückgezogen hatte, sagte sich der Kanzler, was der Abt schreibt, gilt als Geschichte, ist Geschichte und ist doch nur Papier. Alles gewordene Rechte, Privilegien sind Papier und werden anerkannt, man kann darauf bauen. Nimmt man es genau, so steht die Welt auf Papier. Der Böhme Karl hat kluge, gelehrte Theologen, die haben um seine Krone einen Wall von papierenen Privilegien gemacht. Sind wir in Wien weniger klug und gelehrt als die in Prag? Er setzte sich zusammen mit dem Abt. Er erinnerte ihn an den Tod Herzog Albrechts, wie da der Abt verkündet hatte, defunctus est Albertus de Habsburg, Imperator Romanus. Dieses Wort, sagte der Kanzler, brenne in Herzog Rudolf weiter. Wie das ewige Licht in den Kapellen brenne es, Tag und Nacht brenne es. Der Uralte hörte zu mit erloschenen Augen. Auf einmal waren jene Dokumente da. Der gelehrte Abt hatte sie bei seinen Forschungen im Archiv der Hofburg aufgestöbert. Verstaubt waren sie, vergessen, im Winkel hatten sie gelegen, die köstlichen Pergamente. Unbegreiflich waren sie doch, wie jetzt der Kanzler dem Herzog auseinandersetzte, weit mehr als bloß historische Spielereien. Von ungeheurem, lebendigem Belang waren sie, geeignet, Habsburg auf einen neuen, hohen, mächtigen Sockel zu stellen, unmittelbar neben den römischen Kaiser. Fieberisch erregt prüfte Rudolf die Papiere. Es waren fünf Urkunden. Sie waren ausgestellt von römischen Kaisern, von dem ersten Friedrich, dem vierten Heinrich und gingen zurück bis auf Cäsar und Nero. Sie bestimmten, dass Haus Habsburg ausgezeichnet sein solle vor den anderen deutschen Fürstengeschlechtern, befreiten es von lästigen Pflichten, begabten es mit besonderen Rechten, machten den Habsburger zu des Reiches erstem, oberstem und treuestem Fürsten. Rudolf sah langsam, besinnlich auf und sah den Kanzler an. Ernst, gelassen, treuherzig schaute der auf ihn zurück. Da hob Rudolf die Papiere vom Tisch, drückte sie an seine Brust, sagte fest, er sei gewillt, die Würden und Verantwortungen, die Gott durch diese Papiere ihm auferlege, auf sich zu nehmen. Mit gewaltigem Schwung verkündete er aller Christenheit die Auffindung dieser Hauptprivilegien. Große Gesandtschaften an Papst, Kaiser, sämtliche Höfe, feierliche Messen in allen Kirchen der Habsburgischen Lande. Rudolf, ungeheuer geschwellt, ließ das Zimmer, in dem er geboren war, er, der Chef der Habsburger, den Gott begnadet hatte, diese Urkunden wieder ans Licht zu ziehen, in eine Kapelle verwandeln. In den Kanzleien der deutschen Fürsten gab es verblüffte Gesichter. Die Juristen des Böhmen, des Brandenburgers, des Pfälzers, schrieben sich, kamen persönlich zusammen, berieten mit halben, vorsichtigen Reden, schauten sich an, allen lag ein Wort auf der Zunge. Keiner wagte es auszusprechen. Endlich kam von Italien her das Wort. Der Chronist Villani brachte es, der um sein Gutachten angegangene Petrarca hatte es geprägt, klar und unzweideutig. Die österreichischen Hausprivilegien sind Schwindel, lahme Fälschungen. Allein man traute sich nicht, das Gutachten des Weltschen zu verwerten. Tief missvergnügt schaute Kaiser Karl dem Treiben des Habsburgers zu. Fast verleidete es ihm seine Reliquien, dass nun auch der Nebenbuhler solche Dokumente innehatte. Er bezweifelte sehr die Echtheit der Schriftstücke, vor allem die Urkunden Cäsars und Neros. Sie schienen ihm trotz ihrer einwandfreien Latinität bedenklich. Aber gleichwohl, sogar nach dem Urteil Petrakas, schwankte er und wagte auch vor sich selber nicht, die Pergamente schlechthin für Fälschungen zu halten. Herzog Rudolf saß über seinen köstlichen Dokumenten, las sie wieder und wieder, vertiefte sich, prägte jeden Schnörkel, jede Faserung des Papiers in sein Herz. Der Kanzler, der Abt Johannes schauten zu. Einverständnisvoll befriedigt sahen sie, wie tief und immer tiefer der Herzog die Privilegien in sein Credo einschloss. Margarete blieb nach Tirol zurückgekehrt in ihrer leeren, befremdenden Erstarrung. Sie kümmerte sich nicht um die Regierungsgeschäfte. Die Dekrete mussten durch Kuriere dem jungen Herzog nach München geschickt werden zur Unterschrift. Sie blieben wochenlang, monatelang liegen. Die Räte regierten auf eigene Faust, zögernd mit halben Maßnahmen, denn man wusste nicht, wer wird nun endgültig die Herrschaft an sich reißen. Wittelsbach, Habsburg, die Maultasch, die Münchner Arthusrunde. Die wichtigsten Dinge wurden unerledigt hin und her geschleppt. Margarete war ausgeschöpft bis ins Letzte. Sie hatte sich mit so unerhörter Anstrengung hochgehoben, war in den Dreck geschleudert worden, hatte sich wieder hochgerafft. Es hatte sich alles als Gerede erwiesen. Es war alles dumm, verlogen, frech. Reinheit, Tugend, Kraft, Ordnung, Sinn und Zweck waren ebenso alberne Phrasen wie Herrentum und Ritterlichkeit. Der Frauenberger hatte schon recht. Es gab die sieben Freuden, von denen sein unflätiges Lied grinste, und sonst nichts auf der Welt. Mit einer fast pedantischen Gier stellte die alternde, hässliche Frau ihr Leben darauf ein. Ihre Tafeln bogen sich von Leckerbissen. Sie saß viele Stunden bei Tisch. In ihren Küchen wetteiferten burgundische, sizilianische, böhmische Köche. Aus großen Bechern trank sie schwere, hitzige Weine. Von allem wollte sie haben. Alles musste sie kosten. Seltene Fische, Vögel, Wildbret, Muscheln. In immer neuer Zubereitung. Gesotten, gebraten, gebacken. In Mandelmilch, in Würzwein. Unersättlich verlangte sie, dass man immer anderes herbeischleppe. Gierig, voll Angst. Sie könne etwas übersehen und etwas versäumen. Sie ging früh zu Bett, stand spät auf, schlief auch lange Stunden des Tages. Denn schlafen war das Beste. Von dem Frauenberger hatte sie sich angewöhnt, sich zu strecken, lärmvoll zu gähnen, mit den Gelenken zu knacken. So lag die dicke, alternde Frau, grauenvoll hässlich und schnarchend. Ihr hartes, kupferfarbenes Haar zottelte in spröden Strähnen. Über dem Gesicht trug sie eine Maske aus Teig mit Eselsmilch und einem Pulver aus Zyklamenwurzeln geknetet. Denn dies erhielt die Haut jünger. Der Frauenberger war zufrieden mit der Entwicklung der Herzogin. Ja, die Maultasche war ein vernünftiges Weib, hatte sich überzeugen lassen, hatte erkannt, dass seine Weltanschauung die rechte war. Er klopfte ihr anerkennend die Schulter, übernahm die Organisation ihre Freuden. Seltsame Gerüchte raunten durch die Stadt Meran, durch das Passaja. Um nächtlichen Verkehr zu erleichtern, sei der Eisenkorb am Erkerfenster von Schloss Tirol, so eingerichtet, dass er in den Hof niedergelassen, der Besucher in ihm emporgewunden werden könne. Im Feldturm des Schlosses hieß es, faulten die Günstlinge, die der Herzogen unbequem geworden seien. Man rümpfte die Nase über die Privilegien des Passajatals, seine Schildhöfe, die Befreiung von Steuern, die Jagd- und Holzrechte. Die Herzogenen ging tiefer nach Süden. Ihr kleines Lusthaus strahlte ganz weiß, unten schwärzlich blau, dunstete in mittäglicher Sonne der weite See. Verfallene Steinstufen führten hinunter zwischen Granatäpfelbäumen. Festlich auf großer, bunter, geschmückter Barke glitt die hässliche über das schwarzblaue Wasser. Vor dem Kiel sprangen flirrende Fische, gleichmäßig schäumten die Ruder. Aus dem Bauch des Schiffes, während sie auf dem Verdeck lagerte, klang Musik. An ihrem Wege stand der kleine Aldrigetto von Caldonazzo. Der heftige, gewalttätige Junge, gelblich-weißes, leidenschaftliches Gesicht, kurze Nase unter raschen, großen, dunklen Augen, siebzehnjährig, hatte sie in Verona gesehen, dann in Vicenza, wo ihr Cangrande der Jüngere, der mächtigste Herr der Lombardei, feierlichen Empfang gerüstet. Der kleine Baron Aldrigetto war in den zerfleischenden, blutrünstigen Kämpfen der Castelbarca als einziger Träger seines stolzen, reichen Namens übrig geblieben. Er selber hatte wütig in mehreren Scharmützeln mitgefochten. Jetzt waren die meisten seiner Festungen und Güter in den Händen der Gegner. Er hatte sich an den Hof des großen Veronesers geflüchtet, fast drohend Hilfe und neuen Kampf verlangt. Er war der letzte Nachfahr seines uralten Hauses, war maßlos verwöhnt, jeder Wallung bis an die äußerste Grenze nachgebend. Die Frauen liebten sein hartes, gelblich-weißes Knabengesicht. Er sah Margarete. Er sah sie an der Seite des großen Della Scala, die Stufen seines Palastes hinanschreiten, zwischen ehrfürchtigen gerüsteten und sich senkenden Fahnen, unter Glockengeläut, starr geschminkt, in mächtigem Stein- und goldübersätem Prunkkleid, abenteuerlich hässlich. Er spürte auf sich ihren langen, sonderbar leblosen Blick. Er hatte natürlich wie alle Welt die dumpfen, wilden Legenden gehört, die um sie gingen, wie sie, die Unersättliche, ihren ersten Mann vertrieben, ihren zweiten vergiftet, zahllose Liebhaber habe verschwinden lassen in grenzenloser Gier. Die deutsche Messalina hieß sie in Italien. Es schmeichelte ihm, dass sie ihn ansah. Ihn reizte ihre Macht, durch die er vielleicht seine Gegner erdrücken konnte. Ihn reizte das gefährliche Gerücht, das um sie ging. Er war jung, ein später Abkömmling eines uralten Geschlechts. Ihn reizte ihre Hässlichkeit. Zwei Sommermonate verbrachte die Herzogin an dem weiten See mit dem Knaben Aldrigetto. Es war brütend heiß, sie waren auch die Nächte fast immer im Freien. Sie hatten Zelte aufschlagen lassen auf einer kleinen Halbinsel am südöstlichen Ufer, unter den Trümmern lateinischer Villen, zwischen uralten Oliven. Sie lagen in Hängematten, unter Moskitonetzen, schwärzlich blau ehren lag der See. Es geschah das Seltsame, dass der wilde, gelblich-weiße Knabe die Hässliche zu lieben begann. Er war schön, schlank, gelblich-weiß wie die zerbrochenen Statuen, die da und dort unter den Ölbäumen herumstanden. Sie war ein großes, mächtiges, starres, zaubervolles, hässliches Götzenbild. Was waren die jungen, schlanken, heißen Mädchen, die schwerer atmeten, wenn er in ihre Nähe kam? Gänse waren sie, leer und dumm und albern waren sie, eine wie die andere. Die Herzogin war etwas ganz Besonderes, einmalig, voll von uraltem Wissen, die Herrin des Landes in den Bergen, eingesperrt in ihrer rätselvollen, machtvollen, einsamen Besonderheit. Er hängte alle seine Träume um sie herum. Längst war es nicht mehr Ehrgeiz, Eigennutz, Neugier, was ihn an sie band. Wenn er ihr vorschwärmte von dem großen Reich, das ihr zusammenschweißen wolle, vom Po bis zur Donau, wenn sie dann langsam ihre traurige, starre, unsäglich hässliche Fratze ihm zuwandte, geschah es, dass er mitten im Wort abbrach und versank. Etwas in diesem Gesicht ergriff ihn panisch, überschauerte ihn, band ihn geheimnisvoll, unlöslich. So waren sie zusammen in dem brütenden Mittag, die Herzogin, ein großes, tristes, altes Sagentier aus einer versunkenen Zeit, umkrustet mit den Narben zahlloser Kämpfe, träge von endlosem Erleben, und der Knabe, palmenschlank und biegsam, der letzte, späte Enkel der ungeschlachten Eroberer, mit heißen, dunklen Augen, aus dem weißen Gesicht, in eine Zukunft schauend, die für jene Vergangenheit war. Sie zerlegte einen Granatapfel, der blutige Saft troff über ihre geschminkten Finger. Ihr weiter, wüster Mund nahm die glasklaren Kerne auf, sie zerspritzten unter ihren schrägen, großen, malmenden Zähnen. Wie seltsam, dachte sie. Dieser Knabe schaut zu und ekelt sich nicht. Es scheint fast, er hält sich nicht aus Eigennutz zu mir. Ich bin alt geworden, leer, trocken, und jetzt kommt einer und liebt mich. Sie dachte an Chrétien de la Fert, sie strich mit ihrer plumpen Hand über Aldrigettos strahlend schwarzes Haar. Mit einer jähen Bewegung warf der Knabe den Kopf herum und biss sie in die Hand. Dann lachte er nicht bösartig. Silbern standen die Oliven, dunstig im Mittag flirrten die stillen, trägen, seligen Ufer des Sees. In Tirol indes, während die Herzogin in Italien war, ging das Gerede um sie immer dicker und schwefliger. Sie sei eine Hexe, hieß es. Sie sauge den Männern nächtlich das Blut aus. Sie könne an zwei Orten zugleich sein. In Tramin hatte sie, während sie leibhaft in Verona war, ein Weib auf dunkelrotem Pferd durch die Luft reiten sehen. Immer öfter musste die Obrigkeit Leute stolpen lassen, die unehrerbietig von der Herzogin gesprochen hatten. Margarete lag schlaff und faul herum an den Ufern des Sees. Stunde, Tag, Monat, stand still, fuhr die Barke unter den Bäumen hin, dann war der See plötzlich tot. Schatten weckten einen, unheimlich überfrostend, aus dem warmen Hindemmern. Der Knabe Aldrigetto liebte sie also. Er war schlank, schön, die Blicke der Frauen feuchteten sich verlangend, wenn sie ihn trafen. Und er liebte sie. Aber sie war zu leer und ausgehöhlt, sich daran zu freuen. Fernher dachte sie an den Frauenberger. Schlafen ist das Beste. Mit einem matten Verlangen wünschte sie nur eins. Immer so bleiben, immer so dahindämmern in dem brütenden Sommer, schlaff, still verdunsten wie das besonnte Wasser.